Was geht ab Leute? Eigentlich wollte ich nur ein ganz normales Minecraft Sky Wars Video aufnehmen, doch dann haben sich die Ereignisse überschlagen und der Royal Pixel Server hat auf einmal aufgemacht. Komischerweise habe ich da auch einen Rang drauf, dann haben sich Meister Gamer zu mir und Films Cube und ich gedacht, warum machen wir nicht gleich eine ADHS MLG Runde auf Royal Pixels aus vier Sichten. Willkommen zu meinem fünften Video der One Week on Ice. Junge, BAM! TNT-WOOS! Jungs. Ob es auch schlecht reichen, oder? Ah, ich... Nein! Was machst du denn das war? Was machst du? Hä? Wer war da gerade? Welcher Wasser, Junge? Ich krieg eigentlich so fährt Rafa in die... Hinter dir! Junge, Zumi. Ganz ehrlich, Zumi. Ganz enge Hause hier für dich. Du musst in die Lava reingehen, damit du irgendwie Wasser setzt. Echt? In der Mitte ist TNT? Warte, dann geh ich Mitte. Bitte seid mir, die trifft. Als Haupt, die nicht trifft. Bist du jetzt auch unterangefrungen? Aber egal, was machst du denn hier? Au! Ich war nicht... Du hast also TV-Falke geschaltet. Suizid-gefährdet. Gold! Gold! Was macht eigentlich Filmskip? Er steht wieder AFK auf. Kurz ehrlich, da vorne ist ein Gegner. Geh reinknien, geh reinknien! Yeah! AAAAAAAA! 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 Junge, hör doch auf! Was ist denn los mit dir, du... AAAAAAAA! 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 JEEE! EEEE! 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 Ich wurde von Filmskip getötet. Das ist eine Schweinerei. Oh, weißt du, was hab ich in meinem Kind? Ist das ein Bitch? Oh, ist das Gunst! Jetzt mal richtig... Ich bin in der Mitte! AAAAAAAA! 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 Ich denk mir, bei jedem Boost ich schaff's nicht, aber dann schaff ich's doch! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Oh fuck! Junge, hier ist so ein Typ, der will Stress, Alter. Komm doch her, du Dreckser! AAAAAAAA! 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 Junge, ich bin gestorben. AAAAAAAA! Ich versuche einfach nur Combat Reimers. Wenn ihr jetzt wieder den Instant Bridge kommt, dann hast du eigentlich verkratzt. Mach den Instant Bridge. Jawohl, jetzt rüber. Schnell, schnell für den Skip. Und jetzt drauf da! Der rechnet nicht mit dir! Überraschungsmoment! AAAAAAAA! 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 Er we anderer Gasster! AAAAAAA! Ich leben noch! Mach richtig viel T.T hier den Meistergeber, ganz ehrlich! Halt's Maul! Jetzt Baller das Ding hier weg, Junge! AAAAAAAA! Zu mir hat's übernimmt schade. Schade... Nein! Was? Ah! Halbes, halbes, halbes! Möldnergebung! Was war Spaß mit dem Halbherz? Ich hab's mal ehrlich gesagt! Was war das? Nein! Oh gut, ich hab's überlegt. Ich hasse dich so sehr zu. Oh verdammt! Oh und jetzt ist der Überraschungsmoment. Es wird laufen an deiner Stelle. Schade Jungs. Oh mein Gott. Oh, hab's geschafft, oder? Nein! Ich bin hier gar kein Gegner. Ganz ehrlich. Da vorne ist einer! Oh, 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 oh! Da ist CoD-Craft Kevin. Boah! Das ist genau Meistergamer da. Echt? Ey, das ist dann noch zu. Das ist so richtig episch! Du bist ein Bastard. Komm doch her, du Drecksauher. Nein, 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 nein! Nein! Warum? 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 Warum?! Ey, die, die war nice, die kannst du reinschneiden. Ich schneide gar nicht so rein, ich lösche meinen Kanal. Warum?!